Weil ich gefilmt hab und du dann immer so lustig rein Das hat man viel öfters, ich hätte viel öfters in dem Video drin sein müssen Aber das mit den knutschenden Jugendlichen, das hab ich dann nur mitgekriegt von Da läuft wirklich so 5 Sekunden Stehen die dort Was muss man auch filmen auf der Gamescom, ne? Ja Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wurms Clan Wars Hey, ich bin drin Mit dem Uwe, den hab ich gerade gehört und dem Daniel Hallo Hallo Ich stehe wirklich scheiße Alex, du bist gelb, ne? Wir wollen ein Menü öffnen, das ne? Ja Oh, was hast du eingestellt für den Spielmodus? Legende Da waren wir nicht da raus Wir sehen aber, das nimmt was Stehen Basuka Joa, er nimmt das was ich denk Surge darüber 100% Nein Egal Schön geflogen sind sie, schön geflogen Ich hab mir was raus Ich will euch die Oma nehmen, ich bin mir sicher wie die sich auswirkt hier, weil Oma ist immer Du spielst das im Oma, wenn du ein paar Wochen lang nimm, dann wirst du nie wie aus dem Dreh Das ist nicht mein Problem, dass du das ein paar Wochen lang nicht spielst Jaha Ich kann ja nicht nur jeden Tag Wurms spielen, also War Thunder spielen und alles andere Ich spiel auch nicht jeden Tag Wurms Ich hab jetzt hier kurz mal die Lust verspürt in mir, ne? Und hab mir hier einen Fussballmanager installiert Oh Ja, nach 5 Minuten hab ich gedacht, was für ein Scheissspieg Dann hab ich so eingefangen und seitdem macht's viel Spaß Wie ein Scheiss Alter Der wirft aber auch ein paar Granaten in letzter Zeit, ne? Und? Schau Also wenn er heimlich übt, dann der Daniel Ja Ne, du cheatest nur, verstehst du nicht Ich hab's Amerikaner gespielt und hab's über so dieses Ding gelandet, ne? Super, was mach ich denn jetzt hier? Guck mal's Gesicht Ich steh aber überall so selten dämlich mit drinne Jetzt mal ernst, was mach ich denn jetzt? Geil Scheiße Ich wollte den Uwe treffen Was kannst du überall? Den da wollte ich treffen Bushi steht auch gut, ne? Wer ist denn Bushi? Findest du? Mhm Mhm Aber was, ja Hä, wo ist denn Bushi? Ganz recht unten Der Jetpack kommt schon nie weit, ne? Ja, zumindest bis zur nächsten Kante kommst du hoch Wenn du durchziehst, kommst du ganz hoch Durchziehen, immer durchziehen Durchziehen Hat der Sebastian uns doch vorhin damals beigebracht, wenn man durchzieht Jetzt schon Jetzt schon Na, reicht's schon Na, reicht's schon Jetzt schon Und Alle weg Die kommen zurück Das ist gut gelandet, würde ich jetzt mal so sagen Das rüber stehen ja noch mehr von euch Ich kann nicht sehen Gehätscher weiterwerfen Das rüber stehen alle meine Kunden, ja Let's go Ich war grad essen in dem Restaurant Ist ja ne Das hast du nicht gegessen, ne? Äh, Filetsteg vom argentinischen Rind mit hausgemachten Nüden und zu Buttergemüse und äh, so eine Murblauch-Chili-Butter Sie ist der hat wenigstens Pflicht bekommen Ja Wir wollten schon essen gehen, ja, nicht Das gäb's können oder was Ne, davor, den Tag davor Opa? Ja, den Fighter, wo wir hingehen Weiß nur, oder was? Unser Spiel lünge, ja So Sag ich damals, das hast du mal gemacht, das hast du den urschnitt über mich lustig gemacht Also bist du passiert, das Nein, du bist dort übelst du Oberplayer, ja Nein, du wirst, dass du rot bist, ja Ja, wenn wir hier so selten spielen, dann wirst du das immer, nein Das so ist für ne Zeit Ja, das war jetzt schon gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt sagen Dann ist schon ganz ruhig, schätze Auch Wer wenig hat, kann wenig verlieren Ender kann ich nicht sein Ja, Ender Nein Sofort laut Ach, schade ich schon, ich dachte, der fliegt jetzt noch runter Mega Ich glaube, jetzt kommt die Rache Ja, ich denke ich Ach, du machst das gut Ja Da könnte so, Daniel, da könnte auch dein eigenes Mal drauf gehen, ne Ach Oh Ne, hab ich extra so gemacht, dass es nicht passieren kann für uns Nicht schlecht Danke Danke Danke, Daniel Habst du das Wett, dass ich wieder wüsste Okay, wir haben noch mal einen lustigen Spielmusik gespielt mit den Armageddon, ne Ja Da können wir eigentlich auch noch mal ein Spiel zu dritt Wie hieß denn der? Wo du alles hast Achso Aber das ist doch auch bloß auf gut Glück, dann macht jeder immer armageddon und den Esel, dann ist er tot Ja Dann warst du es mit der Runde, ja Können wir uns dritt eigentlich mal machen, also, scow die immer, weißt du Mal als Zusatz mit einfallen, Philipp, bei einer kurzen Folge Du wirst nicht, wie lange die folgen sind, ich tue keine Zeitstocken Oh, hier hübsch den, meine ganzen Würmer Ja, ist ein bisschen schlecht aufgeteilt Stimmt schon Ja, deine standen alle links, meine rechts und Uwe hat sich so breit gemacht Mhm Wieso geh du keiner auf den? Na, sonst steht er aber Ach, Dude Oh Kommt jetzt selbst noch das Kommando Und Enter Ach, Enter nicht schlecht Wo ist denn da hingeflogen? Oh, ne, ins Wasser gefallen Ich auch nicht, das ist auch schon mal gut Game Grüne Kreuzkiste Schlitz Was? Ähm Weitzeit Du, was machen wir denn da? Flammen davon Haben wir ja nicht Wie viel? Haben wir noch nicht, oder? Haben wir auch noch nicht Schlau Ich habe die nicht So Die Feischung bereist doch, die sind ja scheiße. Flam verhäust. Flam verhäust. Ich muss erstmal einen wegbringen. Ich möchte meine nicht so nah aneinander stehen lassen. Hast du noch genug? Ja, aber trotzdem. Jetzt kommt Buggie B, oder? Aufm schwächsten. Halt doch mal still, Uwe. Genau, so wollte ich das. Headshot. Genau ins Knie. Mitten ins Gesicht. Jetzt gucken wir mal an die grüne Kiste. Das ist ein nett von mir gewesen. Könntest du mal das richtig sagen? Oh. Hättest du den Safe dort unten killen können, oder? Das war wohl nix. Ah ja, keine Lust. Ne. Merkt. Merkt mal gleich. Man, ja, kein Lust. Hey. Ich möchte nicht, dass du diese Kiste bekommst. Danke. Nur 73. Man könnte denken, dass rauschen ist, ist das Wasser unten. Ist doch schön. Aber ist es bloß der Daniel. Oh, der ist schön gelandet. Der ist schön gelandet. Ja, gut. Oh, der. Tschüss, Fritze. Ja, wenigstens noch ihn gekillt. Oh, der ist schön gelandet. Ja, ich habe mich jetzt zurückgesehen, dass es bitter ist. Aber 11. 9, 20. Das ist schon bitter. Das ist eine Frechheit. Das ist ja echt eine Frechheit. Was? Oh nein, hätte ich höher ziehen müssen. Hehehe. Just you wait. Machen wir einen Schritt nach links. Einen kleinen Schritt bloß. Oh. Ist das die... Haben wir das alle? Das sieht schöner aus. Mach eine 8e. Boom. Oh, scheiße. Ich würde sagen, gut abgelenken, Uwe. Von seinem eigentlichen Ziel. Die Leute, Willi. Das hinterlässt sich ein Flange. Das hinterlässt sich ein Feige. Hinterlässt sich ein Feige. Ich bin der Letzter. Das merken wir, wenn du Warfighter spielst. Das hinterlässt sich ein Feige wisse. Wirst du nicht geschossen. Die armen Mitspieler riechen das. Nicht meine Mitspieler. Die Gegenspieler riechen das. Ja, die armen Mitspieler eben. Die riechen das durch. Dein Rechner riechen das durch. Riechen das durch. Riechen das zu schweiß. Was auf, da oben ist eine Mine. Warte. War das jetzt so geplant, Daniel, oder nicht? Kleinen Moment. Sehr gut. Aber damals ein Typ, dem es Tritt falsch gemacht hat, das war schon ein Tüchter-Profi, ne? Ich würde sagen, Blödheit wird bestraft. Was das eigentlich so machen? Das Ding ist, ich stell doch nicht rein. Ja, der Typ, der vom letzten Mal, der war echt gut, das stimmt. Ja, der echt was trifft. Da waren wir schon gut dran, dass wir das zu dritt geworden sind. Wir haben den Fatsch gemacht. Hätten wir doch gar nicht in Alter gesehen, sonst. Ja, hätt' wir. Na, echt gut. Eigentlich würd' ich ja denken, ich kann mich von zwei Würmer noch abschieben. Guck nicht. Aber wie die gelernt ist, he? Also wenn die jetzt nicht beide sterben, das hätte ich auch nicht richtig gemacht. Absolut. Hm, hätt' ich doch auf den Uwe gehen sollen. Alles klar, Philipp, wo bist du? Ich glaube, der Uwe wird gewinnen. Wir sehen Prognosen, die sind schon näher nicht, Herr. Doch, ich denke schon. Daniel geht auf mich, ich gehe auf Daniel. Feuer! Ich gehe auf mich selber. Ich freue. Ich freue mich, ne? Und dann hat Uwe noch sein Verstecken da ganz unten. Oh, das ist doch gut. Nein, war lange. So. Jetzt probieren das Oma aus. Schöch! 3, 2, 1! Scheiß, ich bin raus. Du hast doch 5 HP. Das ist gut gemacht, Philipp. Fand ich echt schön, jetzt. Und ich dachte, er hätte 75 abgezogen. Ei, cool. Ich habe den Daniel eben gekillt. Jetzt habe ich es gar nicht so richtig gesehen. Jetzt bin ich raus. Ready? Dodge this! Das ist ihm, Fini. Und schönes Leben mit euch. Da oben ist drin. Der muss ich ja auch mal retten. Oh, nein! Oh, nein! Es ist magic. So gut, Daniel. What's he gonna do now? Tuck! Und dann... BAM! Wie ist die Fresse? Let's go! Oh... Oh, das ist da. I'm on it. Ich... Ich teppel, kann ich nicht noch was machen, ne? Ja? Nein! Ist das ernst? Und? Ja! Alles klar! Also... Das... Uh! Ne, das Wasser steigt noch, oder? Ja, das Wasser steigt noch! Ich hätte es super scharf nehmen können, das war sicher gewesen! Ja, das wär gut! Ach, das kam von dir grad, Uwe! Klar, ganz cool! Ich hab grad kurz auf einem anderen Bildschirm geguckt! Ich hab gar kein Fall schon ausgelegt! Doch, den hast du, den hast du schon benutzt! Ja, gut, unentschieden, geht klar! Nicht unentschieden! Ich hab noch einen Wurm! Ja, du hast nur noch den Wurm stehen! 's mir so sieht! Cool, Josh, miraaar! Ja, das war... Oh yeah, I'm the Midnight of the Maj. I'm the King! Between unsие Wurzeln kommen! Du hast nur den Wurmgehen stehen! Ja, das war mir da drin. Der Dank ist hier! Der stand auch schon aus von Wasser, aber... Das wäre nicht einfach... Der Sieght ja eigentlich schon nicht gewesen. Hey, guck mal, wie man tanzt der hier! stroll! Ja, Lack. Welchen Spielmodus hattest du? Eine sehr schöne Runde. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Worms. Tschüss.